Hillary Clinton unterwegs zu ihrem ersten Sicherheitsbriefing. Sie und Donald Trump werden als Präsidentschaftskandidaten ab jetzt über Fragen nationaler Sicherheit informiert. Clinton führt in den Umfragen, doch neue Details über ihre Familienstiftung könnten zum Problem werden. E-Mails belegen, dass Clinton als Außenministerin Großspendern ihrer Stiftung Termine gewährt hat, etwa dem Kronprinzen von Bachrhein, nachdem der 50.000 Dollar gespendet hatte. Die Stiftung hatte für ihn um den Termin bei Clinton gebeten. Er sei ein guter Freund. Binnen 48 Stunden bekam er den Termin. Donald Trump spricht von kriminellen Handlungen, fordert gar den Einsatz eines Sonderermittlers. Man kann nicht mehr sagen, wo die Stiftung endete und wo das Ministerium begann. Zugang und Gefälligkeiten wurden für Geld verkauft. Die Stiftung fördert soziale und Gesundheitsprojekte in aller Welt. Hillary Clinton wies die Vorwürfe zurück. Ihre Arbeit als Ministerin sei durch die Stiftung nicht beeinflusst gewesen. Gestern äußerte sich auch ihr Mann. Wenn es falsch ist, Jobs zu schaffen und Leben zu retten, dann weiß ich auch nicht. Die Leute wissen doch, wofür sie uns Geld geben. Clintons Stiftung hat Millionen auch von ausländischen Staaten eingenommen, etwa von Saudi-Arabien oder Kuwait. Dass die ganz uneigennützig spenden, ist zweifelhaft. Und Clinton selbst tut wenig, um die Vorwürfe zu entkräften. Sie kämpft in diesem Wahlkampf längst nicht mehr nur gegen Donald Trump, sondern immer stärker auch gegen die eigene Vergangenheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017